In der ehemaligen BRD auch so war, dass der größte Teil der Menschen eigentlich da eine große soziale Sicherheit hatte und eine große Wahrscheinlichkeit, von der er ausgehen konnte, dass er eben einen guten Beruf bekommt, gute Arbeitsverträge bekommt. Also dieses Prekariat, was sich heute entwickelt hat, das war ja auch in der ehemaligen BRD eher ein Ausnahmefall wirklich für die Leute, die irgendwie aus allen möglichen Gründen eben hinten dran gehangen haben. Und das finde ich wichtig, also dass Menschen, die heute Anfang 30 sind, dass die auch wissen, es gibt, ich lebe in einem Land, das vor ein paar Jahrzehnten auch noch ein ganz anderes war. So wie es mal die DDR gegeben hat.